so ja voll das ist lag noch mal das nervt das nervt mich sogar selber es ist sogar hier müsste eigentlich hier sein ja warum müsste doch hier sein oder oder ist das nicht so ja gut ich mein naja jetzt geht's es funzt ja ist blöd wenn ich das jetzt so muss eigentlich hier sein ja ja so das letzte müsste ich denn hier ran machen ja alter hier sag ich doch es müssen nur beide wieder zurück und das ist ein bisschen gelitten kann ich es ein bisschen gelittener machen nee ich will es ein bisschen gelittener machen einfach ja ja das war gelitten gut das war ein bisschen gelitten ähm kriege ich das genauso gelitten hin jo ja ja das ist gelitten das würde ich euch nicht empfehlen dann wartet lieber klettert die Leiter hoch und naja oder runter je nachdem ich finde ich will nicht nur erwarten ähm bis ich das denn machen kann was soll es ja alter ja geh doch mal rauf da wow wow das war glück komm doch mal hoch da kannst du doch mal hoch äh der der ist so blöd da kannst du doch mal festhalten na was geht geht doch warum nicht gleich so ist zwar jetzt total die Mario verarsche und alles aber alter so was muss ich jetzt noch machen ne ne da ist Sonic Sonic alter wie Demoti wie der da rumlatscht einfach zu boll gehen wir zu Hause achso ja hier äh ach ne ich muss ja Lisa machen warum zeige ich euch gleich ich hab nen Schluck auf ich hab nen Schluck auf gerade kommt nicht ganz so gut aber komm Lisa weil Lisa hat da noch was was sie holen könnte ich bin als Klenten ausgebildet ich bin als Klenten ausgebildet hä ist ja nix warum verstehe ich nicht na gut von mir aus von mir aus normalerweise ist da eigentlich was für Lisa aber ich mein na gut das soll Mario das soll Mario sein der da vorne steht ja so Lisa guck mal her lass mal die Toilette öffnen hier einmal Toilette öffnen bitte so že blah nix glim glim trail dass die das überhaupt hingekriegt haben mit äh mit den wegen den Copyschutz äh Copywide Rechten wegen den wegen den glim 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 das das stand ja wirklich aus Mario Bros Das ist unfassbar, dass sie die Rechte gekriegt haben. Das ist unfassbar. Gerade für die Sounds. Irgendwie geil. Remini vor die Füße hier. So. Geh mir weg. Wie geil sah das denn aus, als hätte der Gegner den Schalter kaputt gemacht. Wie geil war das denn bitte? Boah, voll weggepfeffert. Voll weggepfeffert, ey. Voll in die... Voll nach unten gepfeffert. Alter. Dann ja noch was so trusty. Fatality. Ist ja auch so klischeehaft. So Horrorgames und so haben das ja immer so Blut geschrieben und alles. Naja. Ist ja kein Horrorgame. Ist ja mehr Jumbo One. War da oben noch was? Nee. Gut. Gut Lisa, dann kommen wir nach... Ähm. Wo war da? Gut Lisa, dann kommen wir nach oben. Kann man die eigentlich unter dem Rock gucken? Nee. Ich will die unter... Man kann der so... Man könnte der unter dem Rock gucken, aber... Alter, wie die gerade geguckt hat... Waaah. Was ist das denn? Bitte drehen. Lisa, wieso guckt dein Rock eigentlich durch die Stange? Das muss ja ein echt stabiler Rock sein, einfach. Es bestimmt... Es bestimmt ein Metal... Rock. Hihi. Naja. Wehen der Musikrichtung. Wehen der Musikrichtung auch. Wehen wir mal was? Ich war jetzt gerade verunsichert, weil da einer gesprochen hat. Lisas Saxophon ist jetzt verbessert. Lisa Upgrade. Du hast Lisas Super Saxophon freigeschaltet. Damit greifen sich betäubte Gegner gegenseitig an. Jupp. Seid fruchtbar und blüht. Ja, das kann man... Verstehen. More Blood. Und Blood. Steht gerade an den Dings. Für die Unwissen, Blood heißt Blut. Wie die Farbe eigentlich schon... Ja, sagt. Nein. So. Dann können wir mal wieder runter. So. So, Bart. Du kannst auch wieder runter. So. Ich spiele lieber mit Bart. Was ist das? Ihhh. Wie sieht die Öffnung da aus? Ihhh. Die an... Alter, die ganze Öffnung, die sehen so aus. Alter. Waaah. Lisa? Kommst du? Waaah, komm. Alter. Waaah. Nein. Oh, Alter. Knapp. Ich bin der Spiegelstrom, der dem Zelt zählt. So. So. Oh, die Trevi-Zelda. Oh, die Trevi-Zelda. Nein. So. Gehen wir mal hoch. Nicht ganz hoch. Nein. Oh, nicht so weit runter. Oh, die Lisa immer mit ihrer... Äh. Alter. Da. So. So, Lisa. Jetzt fielst du noch. Bfg. So, Lisa. Komm. Was mit ihm lasst. Wer bat? Wer? Ich weiß, schön da stehen. Ich will dich jetzt nicht nochmal hochholen müssen. Nein. Falsche Richtung. Nein. Oh, Alter. War's knapp. Gut. Ähm. Ich will mal wechseln. Was ist denn da oben? Ah. Alter. Ja, ist sowieso für... Ist ja gut. Alter, ist das im Ernst? Hallo. Ja, ist für Lisa. Das weiß ich. Ja, Streberin. Du hast später noch Zeit für deine Hausaufgaben. Ja, Alter. Nein. Oh. So. Was, die erste? Oh, ein bisschen doll, ne? Für die erste. Darum ist das so bad. Deswegen... Das wird gelitten, glaube ich. Ja, gelitten. Ja. Da muss man nur timen können und... Oh. So. Ja. So, jetzt muss ich... So, Lisa, komm. Nein. Ja. Natürlich kriegt das Lisa nicht hin. Lisa, komm. Berechne das an deinen Taschenrechner. Wie... Den Abstand... Ähm. 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 Habt ihr es gesehen gerade? Hat der es gesehen? Der schweb... Der schwebte da gerade. Auf der Plattform. Sah ein bisschen strange aus. So. Nein, 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 nein. So. So, ja. Gut. Ich spiel wieder... Alter, Bart. Reload. Wieso Reload? Alter. Keine Gewinner. Nur auf Überlebende. So gut bist du gar nicht. Jetzt ist Time Show. Ich meine Showtime. Wir sind besser. Jetzt krieg ich aus dem Maul. Jetzt krieg ich hier aus dem Maul. Mäh. Genau. Jetzt kriegst du auch aus dem Maul. Bam. Steh auf. Wir sind jetzt zu Ende. Oh. Naja, das ist halt das Schlimme. Ja, und die Lisa, die hängt auch immer noch da drauf, ne? Hauptsache geschützt, ey. Ganz ehrlich. Wo rennst du denn hin? Bist du behindert? Hier, du kriegst einen in die Eier, Alter. So. Steh auch. Das ist eigentlich in die Fresse. Oder in die Eier. Je nachdem. Genau. So muss das. Ach, die muss noch sammeln, ne? Ja. Ach so. Schalter. Ja, sorry Leute, ich habe schon gesagt, dass ich lieber mit Bart spiele. Das ist, äh, ist halt so. Alter, was hier. Ja, genau. Gelitten habt ihr gar nicht, ne? So, jetzt krieg ich aus dem Maul. Jetzt krieg ich aus dem Maul. Alter, Chris aus dem Maul. Steh auf. Ja, Alter, Chris aus dem Maul. Na, der Helm nutzt dir gar nichts, Mann. Alter, Chris aus dem Maul. Komm mal her, hier. Komm her. Na, deine Musen krass, Mann. Meine Musen sind auch krass, Mann. Du Arsch. Komm her. Chris aus dem Maul. Was mache ich denn da? Sag mal, was geht? Ich sag mal, ähm. Lol. Hä? Wollt ihr das jetzt stehen? Lass meine Schwester in Ruhe. Alter, voll runter. Voll runtergepfeffert. Machst du denn da oben? Danke, Schwester. Was machen wir heute? Gut. So. Ähm. Da ist ein Buddha. Ach ja, da komme ich auch her. Was steht denn hier? Creatoli? Was? Okay. Die Entwicklung guter Spiele steckt. Sub. 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 Messages. Okay. Na gut. Doin. Wie die hier einfach gar nicht eingesogen wird. Das ist ja noch ein Schlitz, weißt du? Dass sie da gar nicht hinfällt oder so. Die muss ja sehr rutschige Schuhe haben einfach. Zumindest. Die Lisa, die muss da sehr rutschige Schuhe haben einfach. Das geht ja gar nicht. Was steht denn hier? One Payer. Okay. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ah, der hat erstmal den anderen weggeballert, ey. Wie geil ist das denn bitte? Wie behindert. Guck mal her, ich krieg's an die Fresse. Aus dem Maul. Aus dem Maul, Alter. Hier kriegst du auch immer das Maul hier. Komm her. Komm her, Alter. Komm her. Komm her, ich krieg's aufs Maul. Und du auch. Das geht denn hier nicht. So. Räti aufs Maul gekriegt, Alter. Wie die Lisa aus, Alter. Na gut, der geht's gleich wieder besser. Leute, wisst ihr, was ich abgefeiert hätte? Wow. Nein. Da wollte ich nicht rein. So. Ähm. Warte mal. Warte mal. Nein, 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 nein. Wisst ihr, was ich abgefeiert hätte? Ich hätt abgefeiert. Das sind ja, da kommen ja Schwerter runter. Ganz ehrlich, da kommen Schwerter runter. Ähm. Ich spiel ja kein Minecraft. Aber, ähm. Ich hätt wirklich extrem abgefeiert, wenn da so pixelige Minecraft-Schwerter runtergekommen wären. Mann, das hätt ich so abgefeiert einfach. Das hätt ich echt abgefeiert. Oh, ein Plus. Ein Plus. Hm. Ein Plus-Symbol. Mann, das wird schon wieder hell. Na gut, ach. Ist er bald wieder um neun. Oh. Alter, ich werde schon wieder am Tag schlafen. Ey, mein Tag-Nacht-Rhythmus ist... Der wird schon wieder sowas von dem Arsch sein. Wenn ich das hier gemacht hab. Ah gut, für euch mache ich das. Für euch ist das kein Problem. Für euch mache ich das. Auch wenn ihr es extrem spät seht. Wahrscheinlich 2015 erst oder so. Ich geh jetzt mal wieder rein. Glimm, glimm, glimm. Das ist so ne... Das ist so ne Mario-Verarsche einfach. Das geht gar nicht. Das ist immer... 18 Grad, ja. Alter. Wow. Entweder es wäre noch wärmer als hier gerade, weil... Naja. Ne. Schade, dass man nicht ranzoomen kann, Alter. Oder ich mache das mal im Programm mal. Kurz. Alter, das ist so ein schlechter... Ich wollte sagen, schlechter Sonic-Verschnitt, aber das sag ich dann im nächsten Part. Ja, äh, ich... Aber schon... Bei so viel ist es jetzt nicht, was ich da jetzt gemacht hab. Ja, das Level ist lang. Das ist... Dezent lang auch und, äh... Ja, da muss man gucken, was man so macht da alles. Achso, äh, ich mache jetzt hier nicht so wegen zeigen und so, wegen Facebook und was, nee, alles. Das habe ich hier, so, äh, ne. Das sieht man ja und, ähm... Das werde ich mal ein bisschen weiter weg schieben, gerade. Komm schon! So, jetzt ist es weg. Und, äh, ja, ich, ähm... Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und, äh, ja, im nächsten Part geht es dann weiter. Da werde ich eine, denke ich mal, dezent schwierige Passage meistern. Und, ähm, vielleicht werde ich da auch... Nein, ich will nichts beurteilen. Ähm, vielleicht werde ich da auch einen gewissen Affen verprügeln. Ich weiß das noch nicht. Achso, das kommt dann im... Übernächsten Part. Ich weiß das nicht. Ja. Der kleine Huber ist da schon wieder. Ne? Ja. Ja, wie der Huber schon zeigt, äh... Ja, könnt ihr mich abonnieren und, äh, ja. Huma, geh weg. Sonst. Ne? Gehst du weg? Nein, ich will Huma nicht erschließen. Das ist, nein. Das ist auch mein Liebling. So. Also, ich bin jetzt nicht... Bin jetzt nicht gay oder so, warum finde ich irgendwie lustig? Hab ja auch fast... Ich hab ein Pickel auf der Nase. Au. Ja. Hab einen Gast auf der Nase. Also ein Special Guest quasi. Und, äh, ja. Hab ich gerade mal ausgedrückt. Und... Ja. Ja, wie gesagt, äh... Äh... Ne? Abonnieren und so und... Wenn ihr nichts verpassen wollt. Und, ähm... Ja. Äh... Seid das nächste Mal wieder dabei. Jetzt wieder heißt Let's Play Die Simpsons. Und... Dann würde ich mal sagen... Tschau! Meikを... Ja.